Hallöchen liebe Minecraft Freunde, da sind wir mal wieder zu einer neuen Folge. Phraps macht uns mal wieder voll den riesigen Strich durch die Rechnung. Und zwar, ich habe hier gerade schön aufgenommen, zwar zum Glück nur 5 Minuten, habe hier bisschen Fleisch schon mal gesammelt, weil wir, wenn wir genug Fleisch haben, die Monster anschalten wollen. Und, ja, hat nicht geklappt und, ich habe dann eine kleine Aufnahmepause gemacht, weil, ich gucke ja ab und zu mal auf, ist auch alles aufnehmen, zum Glück habe ich das gemacht und hätte ich das nicht bemerkt. Erst später beim Rendern. Und dann habe ich geguckt, ja, scheiße, wo sind meine Phraps-Aufnahmen? Da habe ich mich erst mal richtig aufgeregt. Zack, dann habe ich hier erstmal Fleisch. Wir haben ja 23 Fleisch, aber das ist ja nicht so dramatisch. Wir haben uns ja nur ein Schwert gemacht und haben hier ein paar Tierrechnungen. Schlachter, geschlachtet. Hihi, 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 sind wir nicht geil. Und ich wurde angesprochen, warum ich manchmal so lache. Die Lache ist nicht meine Real Life lache. Das ist nur so eine getane Lache. Nenn nur mal so für Leute, also für nebenbei. Ähm, das ist, schießt einfach raus hier und das kommt einfach. Cowboy, okay. Ähm, äh, naja. Hä? Hä? Wie kommt das Loch da hin? Hallo. Ich gucke mal eben kurz was. Ah, nee, egal. Brauchen wir jetzt gerade gar nicht eigentlich. Und das ist unsere Welt. Da hinten unser Portal. Hier unsere kleine Minecraft-Villa. Oh, da unsere Farm. Oh, das sieht alles so hammergeil aus. Ich mach mal eben kurz ein Screenshot. Da muss auch alles drauf kommen, so. Hier, zack. 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 Save Screenshot as 2012 10 minus 29 unterstrich 20 star. Zweite 20 Punkt 19 Punkt 07 Punkt PNG. Jihau. Interessiert uns jetzt auch voll viel hier. Ähm. So, ähm. Bevor wir nicht, also wie viel Fleisch haben wir denn hier schon mal? Ja, am Büschen. So gucken wir hier mal unser geiles, gebautes. Und seit geilen gebauten Fluss an. Geiles gebautes Fluss können wir ja auch mal sagen, hier. Ist ja nicht so tragisch. Hier wird so ein paar Sprachfehler haben. Und so, ja, ha, das ist ja nicht so schlimm, Mensch. Macht ja Spaß. Ja, genau. Mit einer Schaufel am besten das Gesteinerweck und das ist ja natürlich mal wieder. Das können ja nur wir. Noch nicht mal den Weg ein wenig weiter. So, und bevor wir jetzt noch irgendwas machen, mache ich da hinten den Weg mal, weil wir wollen ja so einen kleinen Park machen. Da hinten wollen wir ja den Park machen und vielleicht kommt da irgendwo da hinten so die Windmüde hin oder da neben so, keine Ahnung, weiß ich noch gar nicht. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. So, dann kommt hier. Zack, zack. Der war unnötig. Halalalalalala. Das kann sich jetzt etwas um Stründen handeln. Und, äh, ja, ja, der Park wird auch nur ganz schlecht gehalten. Ähm, er wird so sein, dass es quasi ein Viereck wird. Ähm, und, also mit dem Gravelweg und so, da werden Bäume gepflanzt, da wird ein kleiner See sein. Ähm, da werden Bänke sein, also, so, in der Art Bänke sag ich mal, und ich hoffe, dass wir alles sehr, sehr, sehr aussehen. Vielleicht machen wir mal auch so ein Kito für die, das war auch nicht schlecht, so in der Wüste so ein kleiner Kito. Ähm, nein, na, scheiße. Aber, äh, aber egal, das, muss es da hin? Nein, eigentlich nicht, aber wir machen das jetzt mal so. Zack, nehmen wir das hier raus. Zack, nehmen wir das hier. Ähm, so. Ich hoffe, wir haben noch etwas Kabelstone da. Gravel haben wir ja, Allmas, das haben wir ja in der letzten Folge sehr, sehr viel gesammelt. Mann, 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 hab ich hier, oh, ich mach hier nur viel, aber nicht, das geht mir auf den Kino. So, die sammeln wir dann mal kurz und mal ein. Und ich lache über meine eigenen Fehler, das ist ehrlich voll fail. Aber passiert ja mal. Scheiße, achso, da haben wir noch einen. Ich dachte, wir haben keine mehr. Das wäre jetzt was gewesen. Ähm, okay, aber hier muss einer hin. Und da muss auch einer hin. So, dann müssen wir hier jetzt mal so kram, 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 bis wir wieder da ganz hinten sind. und hier wird auch so eine kleine Landschaft entstehen zu paar Bäume etc. das wird alles noch sehr sehr geil gemacht und was wir auch noch machen wollten oder ich machen will ist eine Brücke zum Portal dann zum Portal da da dahinten irgendwo ähm das wollte das Wasser das wäre glaube ich auch ganz geil oder würde auch ganz gut aussehen und die Bomber auf dem Haus auf dem Wasser das steht ja noch alles sehr noch nicht fest eigentlich und ähm ja das wird einfach nur ein Paradies hier wir müssen auch noch ich glaube wir haben noch fast da dann müsste ich gleich noch mal gucken und ich komme ein kurz wie lang wischen aufnehmen nun toll ist paar Minütchen da haben wir noch genug Zeit hier so da muss noch was hin zack ähm so dann machen wir das zack 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 ich hoffe das ist jetzt richtig ja soweit ich so sehen kann ja und da fehlen uns sowieso gleich noch ein paar Cobblestones ähm ja hihihi so ähm wie viel fehlen uns denn 1 2 3 4 4 6 7 8 0 10 10 wählen uns doch 10 aber auch bevor wir irgendwas hier machen können wir ja schon mal oh bitte ok glücke hat wo können wir ja immer bisschen hinsetzen so zack so dann fehlt uns sowieso noch etwas Gravel das holen wir dann auch gleich aber wir gehen erstmal schlafen weil es wird wieder Nacht ähm die Villa ist auch sowieso noch lange nicht fertig da wird noch viel dran gemacht vor allen Dingen ähm ich muss mich mal am Kopf kratzen da hinten Facken haben wir da können wir ja schon mal etwas ausleuchten hier ja und dann da in der Ecke so die Facken sind nämlich Eckenkinder ne für uns hihihi so gehen wir erstmal schlafen jetzt hätte ich beinahe auch mitgegeben das wäre ja was gewesen ähm ja so müssen wir jetzt erstmal hier nach oben hier lang manche denken auch ein bisschen wir kommen so aus Ecke ne ja okay äh ja kommen wir eigentlich auch nachher kommen wir eigentlich auch von da aber was macht uns das aus Mensch Gravel nehmen wir auch noch bisschen mit das können wir da reinpacken und hier haben wir bestimmt noch irgendwo Kabelstor ja hier haben wir noch ist das das ja Pflasterstein okay ich muss mich langsam mal an die deutschen Wörter gewöhnen weil es wird Zeit und ähm ja so setzen wir hier erstmal das Gravel 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 ein also Gravel kann man ja auch sagen aber wir sind ja hier in Deutschland und wir sagen Gravel so oh ja super gesetzt so dann können wir jetzt hier ähm erstmal die hier hinsetzen zack und dann können wir da hinten den hinsetzen und den hinsetzen zack rüberspringen und dann muss ich mal abgucken okay das sieht so aus und ich muss gleich nochmal ich mach jetzt nochmal eine kurze kleine Aufnahmepause ähm bis gleich so da sind wir auch wieder nach einer etwas kleineren Pause es war jetzt nicht so lang ich guck mal wir können ja hier eigentlich so machen dann haben wir hier so ein ja ich glaube das sieht ganz okay aus das kann man sich so anbieten lassen Mensch haben wir hier so einen kleinen Übergang sieht geil aus meines Erachtens nach so ich bekomme hier Nachrichten ich hab vergessen Skype auszumachen ich hoffe das stört euch nicht auch und um ich guck mal noch mal rein okay jetzt habe ich Zeit ich hab geschrieben dass sie mich etwas zu tun lassen soll und weil wir haben gerade sehr viel zu tun hier weil eine eine wichtige Person aus meiner Familie gebossert hat und wir machen uns gerade also gerade so etwas Gedanken darüber aber hat ja jetzt gerade hier nicht zur Sache was ich nochmal sagen wollte wir haben ja das eine Let's Play aufgenommen von Sniper Ghost Warrior das ist etwas gefällt gewesen weil man die Aufnahme durchs Mikrofon gehört hat naja war jetzt nicht so übertrieben schlimm aber scheiße aber naja egal ist eigentlich auch gar nicht so schlimm ähm wir kommen jetzt hier mal weiter vielleicht ich will den Park jetzt auch nicht übertrieben zu groß machen ne ich glaube so von der Länge dürfte er genügen das ist jetzt nur der Gräbel Weg ich guck mal wie lange ich schon aufnehme ok paar Minütchen zack 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 das geht jetzt hier ganz flott ich schreibe meinen kurz zurück so so okay tut mir leid das macht man eigentlich nicht in einem Netz Player aber das müsste sein das sind das soll ein geiles Geschenk werden für mein Führer was wir da eigentlich jetzt zusammen machen und ähm deswegen entschuldigt mich aber es muss sein weiter ähm ok eigentlich könnte ich dann Skype auch ausmachen aber ich hoffe das ist ja nicht so schlimm für euch ne ich kenne euch nicht ihr könnt das vertragen so äh zack dann müssen wir noch diese Breite machen so so jetzt habe ich es nicht vergessen toll und die da ist die Schoffel kaputt natürlich haben wir keine andere dabei aber das ist ja nicht mehr vieles noch mit der Hand das hier ja jetzt glatt hier zack da da und hier und da 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 ok und da dann sag ich mal erstmal hier zack das dürfte jetzt eigentlich genau passen hier erstmal so von Gravel her äh wir holen uns erstmal jetzt bisschen Kravil und ein bisschen äh Kabel Stone weil wir brauchen das alles jetzt noch so und dann holen wir uns auch gleich die Zepplings mit weil die können wir auch nochmal gut gebrauchen so so sehr toll zwei Stück toll das Blut die Probe gerade nicht hier nehmen wir mal den und den mit das dürfte wohl genügen toll wir haben ja sehr sehr viele Zepplings ich muss mich einmal umsetzen ja dann müssen wir noch mal paar Zepplings fahren gehen aber das ist ja nicht allzu tragisch so nehmen wir mal hier so zwei Stacks mit ich glaube das dürfte erstmal von der Menge her genügend und wir haben ja sowieso noch sehr 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 viel vor und ich habe mich gerade ich habe mich gerade zu überlegen auch hier hier sogar Bäume hinpflanzen sollen dann sieht das alles auch glaube ich viel wie geil aus so hier abbauen zack 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 das geht ja ganz flott hier jetzt hier lang zack 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 dann hier lang zack und dann da lang okay gut dass ich zwei Stacks mitgenommen habe zack zack da haben wir den Weg dann schon mal hinter uns das ist dann schon mal gut okay das ist nicht gut das sieht nämlich schädig aus so ja da kommt gleich das nächste Schaf hierher dreht sich im Kreis das ist ich glaube ich würde ich nicht mehr nicht mehr auf das ist r r das ist jetzt einmal das Mikrofon um ich hoffe ihr hört mich immer noch gut machen wir mal so ja hi ja schön so machen wir jetzt mal hier so 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfekt ja ich guck noch mal wie lange wir schon aufnehmen ok 15 Minuten Minuten wenn wir aufnehmen wir schon auf 4 wir haben ja hier schon noch so ein paar ähm Slaps wie heißen wir eigentlich Pflasterstein Stufen okay dann nennen wir sie halt so dann können können wir auch jetzt erstmal hier die 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 machen diese Weg hier geht dieser Weg wird kein leichter sein dieser Weg wird steinig und schwer ja genau diesen Weg wollen wir jetzt machen ähm bloß er wird auch steinig aus derweilen ja aus Stein bestehen wird und um schwer wird auch sein weil so viel Stein wie viel wir verbrochen um 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 hier fängt schon wieder an um um ja scharf um das wird hier eigentlich kein Prozent so da muss ich gleich noch mal hoch um ja um zack um ich bin jetzt irgendwie voll am um 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 überlegen also ich war ganz voll am überlegen wie man denn hier überhaupt noch mal läuft beim Minecraft weil ich bin jetzt gewöhnt dieses W und Schiff zu drücken um zu laufen und das ist doch schon etwas komisch so da haben wir noch etwas weiter den Weg von uns und um um ja dann schlüpfen wir mal in die Rolle hier wieder ab nach Hause und ich wird oder nicht da hat er gesagt weil wir noch so ein paar Stein Stufen in Ampelstrichen machen wollen und jetzt weiß ich auch was um die Framerate von mir hier so runter geht so dermaßen , weil wir ja hier die Farm haben um und dann haben wir ja hier genau einen Weg können wir dann gleich gleichzeitig so machen und dann so und dann so und dann haben wir hier ein zu viel und dann hoffe ich mal dass das jetzt gelügt ähm ich muss ganz ehrlich jetzt oft an dieses Lied denken dieser Weg wird kein Leichter sein dieser Weg wird steinig uns mehr na 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 ja wir hatten das nochmal gesungen um Xavier Naidoo oder wie er auch heißen mag um eine Framerate ist gerade auf sieben gesunken gerade eben jetzt stabilisiert sie sich hoffe ich mal langsam zack 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 wo mann da sind ängelten okay wir sind gleich da ich hoffe mal das geht jetzt schnell weil es wird nach und meine freilich ist gerade auf drei gesungen das liegt davon weil wir immer näher an um entweder die Teleporter kann da ist sehr schlecht weil weil da das ist einfach nicht gut so und jetzt hier kommen wir jetzt hier an so und dann kommt hier Sandshund das habe ich schon alles im Fotos geplant hier geplant habe ich das so und dann um mit dem Weg sagt sagt das wird so aussehen das wird ich hoffe mal gut aussehen hier überhaupt und ich gucke mal eben kurz so liebe Leute das war eine neue Folge von Minecraft ich hoffe ich habe diese Folge wieder gefallen ich hoffe ja und bis zum nächsten Video auf Wiedersehen und tschüss und immer schön das Lied dieser Weg hören bis dahin auf Wiedersehen und nochmal tschüss